Will das auf? Was klappt eben? Alles vorgehe ich nicht. Basta Und jetzt Na ja, schön zu meinen Gebästern feiern. Na gut, jetzt kann ich meine Halle wirklich zu meinen Gebästern feiern. Komm schon raus, ich habe den Blumen persona! Das sieht aus wie ich Ich hab ihn mit. Ich habe ihn mit. 1, 2 und 3 zu spielen. Ich hab alles zu still hergerichtet. Okay. Ich weiß nicht, dass ich werde böse, dann komme ich nicht. Ich weiß nicht, was du... Ich fass es. Weil Mama ist auf mich böse, weil ich habe Freunde in diesem Haus. Ich weiß nicht, was er will. Ja, es passt zu meinem Vorsack. Warte, Entschuldigung. Okay. Ja, er hat mich alles hergerichtet. Ich werde alle Rufe und Rucksäcke bekommen. Ähm, ich fahre nicht. Ja, Moment. Ich kann nicht rein... Nochmal! Ich seh... Mama! Hey Mama! Alex, schenkst du mir auch... Schenkst du mir auch da... Was wird da da? Garage. Pool. Ein Pool. Ist da dein Pool da? Garage. Darum machst du da Wasser. Ein Boot. Hintergeist... Ha,で. Stunt. Machst du mir auch. Dass du mit mir auch. Es ist vorbei. Sieht sich gerade kurz zum�ckst. In die Zeit. didn't Оsten. Was grand? Ich gab es. Sieht sich einfach nicht. Lasst dich. Sockst du mir. Sistel. Sieht sich. Sistel. Es geht nicht an der Nordeleidigung. Alex? Ja? Ich gebe dir Holz für Bütte. Mama! Das ist Hunger. Nein. Ist es um Nacht? Ja. Hilfe! Ich habe einen Kleid fangen. Ich jetzt? Ja. Ein Edelmann. Ich jetzt? Ja. Ich muss schnell laufen. Ich muss schnell laufen. Schnell laufen! Oh, Wasser. Schnell. Lecker, Papa. Du trinkst das Wasser? Das ist von Kakao gemacht. Karol, wie Sie sagen? Na, na. Ich muss sagen, Schurig. Ich habe nicht die Sachen gekauft. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich habe nicht für Lohen. Ich bin seit Lohen. Ich bin seit Lohen. Aber ich habe nicht gesehen. Aber ich habe fast. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Ich laufe schnell weg nach Hause. Morgen feiern wir meinen Geburtstag. Und mein Übermorgen ist jetzt mein Geburtstag. Und bei mir gibt's keine Party, aber muss ich haben. Du kannst zu mir feiern, ich hab eh viel hergerichtet. Nein, bei mir haben wir eine Party hoch. Ich hab Elfe bereit. Ein Spiel muss ich erst machen. Nein, hab ich eigentlich. Aber von mir nicht. Na gut. Für was brauch ich das Holz? Für was brauch ich das Holz? Gabriel, wenn Mama ein Pilz... Hast du eine weiße Wolle? Ah ja, ich mach Schiffe, drei Schiffe. Wie viele Schiffe brauchen wir, Alex? Ich mach Schiffe. Ich mach Schiffe dich. Nein, 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 bitte Elfe. Nein, ich hab... Ich muss ja das machen. Ich hab Schiffe machen. Ich hab für mich machen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich hab schon für mich zu spielen gemacht. Na gut. Bitte, hilf mir. Jetzt alle gehen schlafen. Nein, ich nicht, weil ich brauch war. Alex, geh auch schlafen. Carolina, woher hast du das Bett gehabt? Warte, da? Nein, da? Nein, geh weiter, geh weiter. Unten? Nein, da. Geh da, unten. Unten. Und da. Ich hab mich... Warte. Hä? Warum hast du drei? Weil ich hab drei Wolle gehabt. Nein, ich hab... Ich hab... Jetzt alle kommen zu meinem Geburtstag-Party. Ich mach auch nicht. Warte, ich mach auch nicht. Nein! Du, Ma! Du, meine Sandstunde. Komm, schnell! Ich hab alles hergerichtet. Warte, ich hab alles hergerichtet. Lass ich hinsetzen. Zum Mittagessen. Dürfen wir noch ein bisschen spielen? Wieso mit Werpleaermann endlich sich zu spielen? Mhm. Dann, warte. Nimm eine von diesen drei. Warte, ich will, dass ihr den Mittagessen. Na, 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 na. Hey! Hey, du hast... Einer geklaut. Einer genommen. Na, 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 na. Okay. Und hast du was vergessen? Komm, spielen wir jetzt. Komm. Nehmen wir, nehmen wir. So spielen wir. Spielen wir King Kong? Oder Maycraft? King Kong. Carolina, du hast auch, ich bin vergessen. Ja, Veronika, ich weiß. King Kong. Und du hast dich erinnert. Ja. Warte, wir haben... Wir vergessen, warte kurz. Ich guck gleich, okay? Und jetzt willst du nicht hier aber ganze Zeit so zu, okay? Hallo? Du kannst nicht. Hallo, Nachbar. Ich hab dich eingeladet. Nachbar? Warte, ich pushe dich. Ich hab dich eingeladet. Nachbar? Ah! Ich hab dich eingeladet. Ich bin jetzt groß. Hilfe! 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 Der Bombermann, hoff! Lass dich nicht! Autsch! Ah! Ah! Schnell weg, schnell weg! Geh weg von mir! Ah! Schnell! Ah! 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 Lass mich! Lass mich! Lass mich! Gut, was ist passiert mit Bombermann? Ich bin alt, weil der war groß. Weil ich bin groß. Immer groß. Gut. Niemand kann jetzt zu meinem Zimmer Bombermann gehen. Nein, du musst erst das Rundespielen. Alex? Hm? Komm! Spielen wir weiter! Ah! 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 Lass mich! Ich hasse dich! Nur dich! Nein! 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 Bitte nicht! Ah! Ich hasse nur dich! Warum? Lass mich! Du hast von längst mich geärgert! Alex, komm schnell! Nein! Dich mag ich definitiv nicht! Alex, schnell! Ich liebe dich! Alex, schnell! Zu mir, habe ich gesagt. Komm zu mir! Ich liebe dich! Lass mich! Alex, komm zu mir! Hi! 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 Alex! Komm schnell zu mir! Alex! Stell, Alex! Ich will mit dir Kick-Kong spielen! Komm, Alex! Komm schon! Stell, stell, stell! Stell! Hey, nein! Ja! Ja! Ich darf das nicht so weglaufen! Nein! Mach es nicht kaputt! Ah! Ich... Bitte lass mich, du blöde! Nein! Du schlief! Du schlief! Zum Beispiel ist es Metall gemacht, okay? Von dieser, okay? Du kannst nicht mehr hineingehen! Nein! Das ist zum Beispiel Metall, habe ich gesagt! Aber ich habe Klo! Nein! Das ist ganz Metall, das kann nicht kaputt machen! Geh weg, du blöde! Vielleicht gibt es nur eine. Nein! Nein! Sieh mir von, von uns in die Weg! D- n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n! Toh! Ah! Du dummer Mensch! Du hast meine Haar gepackt! Mönch gemacht! Aua! Ich darf weg! Okay? Freund, lass mich! Peter, lass mich, du Blute! Freund, lass mich! Du bist mein Freund, Alex, okay? Die kann ich spielen. Okay, dann lass ich ja mal hin. Nicht diese! Diese! Komm, spiel! Wir haben auch King Kong! Ich hab auch King Kong! King Kong, King! Dann essen wir meine Tochter! Ja, 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 jetzt kaputt gemacht! Chill! Nein, ich will nicht da! Ja, wir gewinnen! Wir haben gewonnen! Komm, check! Aua! Warte, genau. Okay, essen wir jetzt meine Tochter? Ja. Liebste Vanilla Schoko? Warte, warte, ich geh hier noch für meine Küche. Ich bin ich bei der Geschenk herum. Wir sind wirklich in der Küche. Ja, wir müssen in der Küche, bei der Küche – ich habe kein Küche – ich habe noch weniger die Bücher. Warte, warte. Warte, ich geh hier noch ein bisschen – ich geh da noch. Warte, wir machen jetzt fügen. Du bist die Küche, das ist meine Küche. Okay. Du bist die Küche, ich habe ein Küche. Warte, warte, ich geh da schon ein Küche. Warte, ich geh hier ein Küche. Ich habe für dich geschenkt, Dasha. Geburtstagsgeschenk. Danke, liebe Steine. Vater, ich zeige nur etwas. Tiesel für das Zauber. Wie sagst du etwas oder du kannst alles? Wie sagst du zum Beispiel, wie ich ein Pokémon-Warte? Ich zeige dir. Ich mag eine Pokémon-Karte. Oder ich zum Beispiel, wie ich ein Schiff. Und ich habe ein Schiff. Wow, cool. Na gut. Tschüss. Tschüss. Danke. Bis morgen. Warte, ich sage nur dir doch etwas. Vielleicht muss das alles kaputt ist machen. Von diesem blühen Bombermann. Na gut. Ich komme gleich. Na gut. Diese blühen Bombermann. Ich hasse. Bitte. Tschüss. Wo habe ich das? Was? Was? Nein. Was? Ich bin sehr beheblich. Ich bin sehr beheblich. Ich gehe vor. Ja, ich spiele alleine. Ohne Bombermann. Oh nein. Was ist das? So blüht der Bombermann. Schaffte ich mir das. Oh, da ist schon Eis kalt. Ich geh beim Eis laufen. So. Alex, schau, ich hab Eis laufen gefunden. Alex, ich bin mehr für Freunde. Okay? Ja, schau, ich mach da Parkplätze jetzt. Wo bist du? Oder zum Beispiel... Da ist Bricken. Bricken. Und ich hab Bombermann, ich halte. Da ist Bombermann. Was hat man Bombermann? Brmann. Men. Menü. Und da ist Alex. Kann ich machen. Und zum Beispiel, ich spiele von weit weg und er hat ja doch eine Silberfrau, okay? Ich suche doch immer ein Haus, immer ein Haus. Juhu. Was ist das für ein Haus? Juhu. Ich fühl sich aus Bombermann. Nicht Bombermann. Ja, ich geh dann noch mal an. Ah, Hilfe! Was ist passiert? Schnell! Da kann man nicht dann hereingehen. Ich weiß. Ich muss... Das machen? Warte, ich geh es so machen. Ja, schau. Oh nein, es regnet und ich hasse Regen. Nicht? Ich weiß. Okay. Ich fühl mir ein scheiße Brücken. Naja. Ein Platz. Zwei. Ich glaube, es ist jemand gekommen. Ich hab Angst. Oh nein, es ist jemand gekommen. Was heißt? Schnell in der Küche! Schnell in der Küche! Schnell in der Küche! Warte, Leute! Ge Messen in der Küche! Also wird die Küche gespielt. Du Du kannst nicht von mir wetten. Du kannst nicht von mir wetten. Du kannst nicht von mir wetten. Nein, mach es nicht. Das ist ein Geistbetal. Das ist mein Freund. Du kannst nicht von mir wetten. Zum Beispiel, ich bin da untergekommen. Du kannst nicht von mir wetten. Du kannst nicht von mir wetten. Geh weg von mir, geh weg von mir. Wollen wir mal nehmen, Safis? Bitte, nein, lass mich. Ich bin doch klein. Kleine Kinder, Hass machen. Hilfe! Hilfe! Weglaufen! 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 Hilfe! Nachbar! Nein! Weglaufen! 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 Haha! Hey, Hallo! Hallo! Willstables raus. Euer- doch. Wie stimmt's? Felix! Schulman. Alex, warte! Alex, manchmal hörst du da so laute Sprecher. Hilfe, Hilfe! Ich bin gestorben, ich kann nicht. Ja, ist sie zuhause, oder gut? Er ist da, er ist da, er ist da. Ich bin gestorben, ich bin gestorben. Hallo? Hallo? Bist du gut, oder schlief? Gut. Weil, deine Nachbar hat mich getüttelt. Kannst du mir hier helfen? Ja. Ich habe unter den Seiten, weil er hat unter mich getüttelt. Kannst du, äh, sagen etwas? Ja, so. Der geht um. Muss ich schnell hingehen? Ich kann zu deinem Zimmer. Ja. Was habe ich hin? Was habe ich gehört? Was habe ich gehört? Okay, jetzt geht's um. Na! Ah, okay. Das machen wir mal. Freund, ich will dir was geben. Komm, 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 komm! Freund! Freund! Mann! Okay, willst du nicht? Du hast mich getüttelt! Du Bumba-Mann! Oder etwas Mann! Ah! Lass mich, du Blüte! Ich geh meine Sachen holen! Ich geh meine Sachen holen! Schnell meine Sachen holen! Schnell meine Sachen holen! Schnell meine Sachen holen! Schnell meine Sachen holen! Hey! Eierbrüffel! Ja, geschafft! Ich geh hinauf! 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 Ich hab alle Töte sehr gut zu meinem Zimmer! Und diese Bumba-Mann hat mich voll gewerft! Ich töte ihn! Wie immer! Ja! Passt! Na gut, ich geh schlafen! Mann, der Röstchen! Nimm mal Töte mich! Ich geh hinauf! In Dunkelheit! Na gut, ich schlafe hier! Ey, was machst du? Darf ich oben meine Zimmer haben, Alex? Alex? Was? Darf ich oben meine Zimmer haben? Im Dunkeln! Weil, ey, ich... Aber kommt ihr Zombie ja dann irgendwann her? Es ist dunkel! Na gut! Na gut! Da brauche ich keine Lichter! Ohne Lichter! Aber ich hab kein Schiff! Ich hab kein Schiff! Ich hab kein... Ich hab auch kein Schiff! Ich hab kein Schiff! Ich hab kein Schiff! Okay, ich mach... Ich hab die kein Boot. Ich mach es in der Boot. Ich hab kein Selfie. Mama kann nicht so. Das... das ist. Willst du dich mal spielen? Oh ja. Na gut. Ich... Du machst eine kurze Pause. Ich mach ein... Dieser Nachbarnsfot neben mir ist ganz lieb. Und dieser andere ist nicht so lieb. Ich geh ein Geschenk neben mir hat mich gerettet. Was ist passiert? Gerass mit diesem Schiff. 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 Ich mach ein Liebesgeschenk für meine Lieblingsnachbar. Was ist da immer los? Hab ich noch ein bisschen Holz da? Ich hab eine Klappe... ich muss eine Klappe haben. Was sind diese Klappe? Ich mach eine Klappe. Was sind diese Klappe? Ja bei... Diese Türen. Und diese Türen. Und diese Türen? Ich bin eine Klappe. Ich habe eine interessante Klappe. Es hat das Klappe. Ich habe eine Klappe. Ja, meine alle Lichter sind bei Alex. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe ein Lieblingsdach gemacht. Ein bisschen da nur. Ich schicke niemand meine Lichter. Nein, ich dachte, ich habe ein bisschen mehr Platz für diese Lichter. Na gut. Ich dachte, ich habe keine Lichter. Na gut. Nachbar, diese blöde Nachbar kommt nie zu mir. Kommt nie. Ich werde die Platz jetzt sehen. Sieh sie, sieh sie. Guck, guck, guck. Guck mal an, geh weg von meinem Haus. Ich bin ein Gespenst und da ist nur du. Ich bin ein Gespenst und da ist nur du. Zum Beispiel bist du in meinem Geburtstag. Nein, ich bin nicht. Hey, erzähl es mir, ich wollte nur das Geburt machen, erzähl es mir. Na gut. Okay. Aber kommst du auf meine Geburtstag morgen? Kommt auch andere Menschen zu mir? Ja, aber zu mir kommen die Geburtstag. Na, siehst du alle für jemanden? Na gut, danke schön. Tschüss. Aber morgen. Ja, morgen habe ich keine Zeit. Oder Ölbärm jetzt. Ölbärm? Na gut. Was ist? Äh, hast du ein Holz? Äh. Holz? Ein Holzschraufel. Okay, ich hab... Ich hab ein Holzschraufel. Nein, ich hab schon gesagt. Ich hab keinen Holzschraufel. Aber ich. Aber wo ist ein Boot? Ein Boot! Ich hab schon gefunden. Aber ich wo ist ein Boot. Oh, 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 oh. Warte, geh wieder. Auf einmal. Auf einmal. Auf einmal. Ja, ja. Alex, komm schnell. Es regnet. Und gestern heiße Regen. Wie? Bist du immer? Ja. Ja. Warum kannst du sein? Ja, würde mir kein Lied sein. Warum kannst du sein? Bist du immer cool? Ich brauche das, okay. Wo ist mein Glas? Das ist mein Glas. Was brauche ich noch? So, so. Was brauche ich noch, Carolina? Brauche ich nicht... Was wollte ich praktisch? Ah, okay, weiß ich schon. Aber was dann wolle ich praktisch? Okay, ich weiß nicht, was wollte ich nachher Kraftling machen. Ein Wort? Nein. Ich habe es, Mama. Na gut. Alle Worte, die ich habe. Ich bin ein Buch. Na gut. Ich bin ein Buch. Da bleibe ich noch. Das ist ein dukkerst, glaube ich ist da. Worte, das Ding. Na gut, ich gehe jetzt schlafen. Es ist verborgen? Hallo! Aber es regnet doch nicht immer... Nein. Ich habe... Es ist eine Überregel. Hast du nicht, hast du nicht. Ich werde lieber keine Tür haben. Warum? Warum? Weil wir dann die Tür haben, wenn wir in eine andere Richtung werden. Ich schaue, wie die... Von dir kommen, Carolina. Ich schaue, wie bei meinem besten Dachpaar der Welt. Oh, Parcours. Ich liebe Parcours. Wow. Uh. Nee, ich bin schwerer. Nachbar, bist du da? Nachbar! Ja? Wie geht's dir? Gut. Wo bist du da? Da! Machst du eine neue... Was machst du denn? Für Brot. Für Brot? Ich gehe alles mit Laufen mal. Ähm... Weißt du was? Weißt du was? Geistern hassen... Hassen... Wasser. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Was wäre eine Schlaufe? Ich muss... Eislaufen. Oh nein. Nein. Ich bin da zu schwitzen. Ich habe schwitzen. Ich muss nicht, nicht. Yeah, ich liebe Eislaufen. Ich bin da zu Schuhe. Für Eislaufen. Für Eislaufen. Es ist so schwer zu Eislaufen. Ich komme. Morgen sind meine Geburtstag. Und Carolina kommt. Da habe ich in die Telekom gedacht. Eislaufen. Mama, ich mache Eislaufen. Soll ich es zeigen? Und ich habe dazu doch ein paar Kuchen gemacht. ...